Hey Leute, willkommen zurück auf PlayStation-Info. Heute haben wir ein heißes Thema für euch. Die mögliche Schließung des PS3-Stores. Wird der PS3-Store bald dicht gemacht? Nachdem der Xbox 360 Marktplatz endgültig geschlossen wurde, fragen sich viele PS3-Fans, ob auch der PS3-Store bald Geschichte ist. Schon 2021 wollte Sony den Stecker ziehen, doch die Community hat heftig protestiert und die Schließung wurde zurückgenommen. Aber wie lange noch? Einschränkungen des PS3-Stores. Obwohl der PS3-Store noch lebt, ist er stark eingeschränkt. Ihr könnt keine Spiele mehr über den Web- oder Mobilstore kaufen und als Zahlungsmethode bleibt nur noch das PS-Wallet-Guthaben. Aber hey, besser als gar keine digitalen Spiele mehr, oder? Xbox 360-Store weg. Ist der PS3-Store der nächste? Mit der Schließung des Xbox 360-Stores wächst die Sorge, dass Sony nachziehen könnte. Besonders auf Reddit hoffen viele, dass das nicht passiert. Xbox-Besitzer haben die volle Abwärtskompatibilität, während wir PlayStation-Fans davon nur träumen können. PS3-Spiele. So könnt ihr sie noch zocken. Derzeit könnt ihr PS3-Spiele nur auf dem Originalsystem spielen. Entweder ihr ladet sie digital herunter oder findet die Disk-Versionen. Es gibt Gerüchte, dass Sony an einer Emulation von PS3-Spielen arbeitet, aber das wird wahrscheinlich nur für ausgewählte Titel sein. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal und bleibt auf dem Laufenden, um zu erfahren, wie es mit dem PS3-Store weitergeht. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Bis zum nächsten Mal, euer PlayStation-Info-Dude. Bis zum nächsten Mal, euer PlayStation-Info-Dude.